Wir haben nicht viele Anhaltspunkte. Jemand hat ein mikroskopisch kleines Gerät entwickelt. Den perfekten Attentäter. Injizierbar. Ein Todesinstrument. Eindruck auf den Knopf oder den Staatsoberhaupt bekommt einen Herzinfarkt. Zwei unversöhnliche Agenten. Todfeinde sind auf der Suche danach. Ziel im Visier. Wer wird es finden? Diese Frau hat im Alleingang ein schwer bewaffnetes Sonderkommando ausgeschaltet. Deshalb musst du sie finden. Sieht ganz danach aus. Tja, meine Tochter wollte wissen, wieso du so traurig aussiehst. Ich hab ihr gesagt, du wurdest gerade von einer Frau verprügelt. Und als sich die Spielregeln ändern, stellen sie fest, dass ihr Todfeind der einzige ist, dem sie trauen können. Bringen wir es zu Ende. Es gibt keine unschuldigen Menschen, das wissen sie. Nur Killer und Opfer. Mehr können sie nicht? Und das bei der Ausbildung? Doch, das hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.